Ja Freunde, keiner ist perfekt, deswegen das Rennen hier in Road America von mir jetzt mal nachsynchronisiert, weil mir ist Fraps immer wieder abgeschissen. Deswegen versuche ich das jetzt hier so authentisch wie möglich für euch nachzusynchronisieren. Ich finde, wir machen die Autos erstmal schön Platz hier rechts und links, sodass man da gut in der Mitte durchfahren kann. Jetzt wird der Himmel auf einmal gerade blau. Na gut, was soll's. Und jetzt sogar mit Rückfahrkamera da hinten, ja, im Eurosport rechts oben in der Ecke. Die machen alle ordentlich, oh, Reifen stehen geblieben. Also die Strecke, das müsste noch in der Liveaufnahme gewesen sein, die Strecke ist überflutet mit Wasser. Ja, sodass man hier also ein leichtes Spray sieht, ein bisschen Gischt, die vom Vordermann da aufgewirbelt wird, ist aber auch nicht allzu doll. Also ich glaube, ich habe auch diese Rauch und Nebel hier so Dings einstellt. Oh, boah. Da ein bisschen quer durch die Kurve, kann man ja mal machen. Die Einstellung habe ich nicht auf volle Pulle gesetzt, deswegen... Ja, deswegen sieht das nicht so viel aus. Da muss man mal gucken, dass er nicht innen ist. Ne, da ist er, da hinten. Hat schon Platz gemacht. Jetzt sieht man auch, dass die Autos so... Ja, gerade noch so gefangen. Dass die Autos so ein bisschen so ein... Ja, wie soll ich sagen? Wenn die Strecke halt nass ist, so ein bisschen Streifen hinter den Reifen herziehen, dass die Wasserverdrängung symbolisieren soll. Ich finde, dass sich bei den Spielen nicht so schön gemacht ist, dass wenn die Strecke wirklich nass ist oder überflutet, dass dann die trotzdem so teerhell ist. Also dass die nicht so dunkel ist, wie wenn die Strecke halt nass ist. Und... Oh, scheiße! Oh! Oha. Die hatten eigentlich ein Problem, ne? Oh! Fuck, ey. Kratzer da durch. Hier jetzt. Oh, scheiße. Voll verbremst. Das ist halt eben der Nachteil von Regen. Und ich glaube auch, dass Fraps sich hier ein bisschen mit dem Regen beißt. Probleme gab es ja schon im Qualifying, jetzt hier auch im Rennen. Also sobald es anfängt zu regnen, kann ich die Aufnahme quasi wegwerfen. Ich hatte auch eben, wollte ich mal ganz kurz erzählen, hatte ich tierische Probleme mit YouTube-Videos und zwar Robob, und zwar immer, wenn ich die Videos halt eben abspielen lassen wollte, kam dann oben so eine Meldung, also ich habe Google Chrome, kam oben die Meldung irgendwie so ein Plug-in, der Shopwolf-Player reagiert nicht. Wohl ohne Scheiß, Leute. Ich habe zwei Stunden da dran rumgefriemelt. Halt eben dann die ganzen Plug-In und so deaktiviert und was auch immer. Ich habe dreimal Chrome neu installiert und einen Shop-Wave-Player und einen Flash-Player neu installiert. und ich weiß gar nicht, was es letztendlich gewesen ist, aber Gott sei Dank funktioniert es jetzt wieder. Auf jeden Fall bin ich jetzt froh, dass wenn ich jetzt das jetzt funktioniert, dass ich quasi die Wiederholung laufen lassen kann und ihr dann trotzdem zu sehen könnt, was ich hier fabriziert habe. Ist vielleicht sogar ganz cool, dass ihr jetzt hier die Rückfahrkamera habt. Ich meine, ich kann jetzt auch mal ähm Ja, könnt ihr euch mal so hier das Rennen für euch laufen lassen. Jetzt zieht nochmal das Auto von außen. Apropos hier Wiederholung, ne? Also ich habe jetzt doch gefunden, wo die ganzen Wiederholungen, die gespeichert worden sind, gelandet sind. Die sind zwar in dem Wiederholungsort, aber die heißen komplett anders. Also die heißen nicht irgendwie dann hier so Road-America-Rennen oder so. Die heißt irgendwie keine Ahnung 1-Road-America-01 und was auch immer. Keine Ahnung. Also man kommt irgendwie generell darauf, dass das die Rennen sein könnten. Ja, gib mal Lichthube da hinten, du Drecksack. Auf jeden Fall äh funktioniert das jetzt. Und ich habe mir dann gedacht, dass ich dann zum Ende der Saison, quasi wenn alle Rennen rum sind, so ein kleines Best-of zusammenschneid und dann so die besten Szenen, die knappsten Überholmanöver und was auch immer so zusammengeschnitten werden. Das haben wir euch mit cooler Musik unterlegt, ist ja klar. Quasi so ein Saison-Highlight-Höhepunkt-Film. Ich bin ganz schön müde, Leute. Ich weiß gar nicht, warum. Ich kann heute Morgen ausschlafen. Bin ich irgendwie trotzdem müde. Ich will schon mal vor ins Bett gehen. So ein Elf oder so. Auf jeden Fall hier jetzt zwei Autos gleichzeitig überholt. Und die ganzen Landein-Autos gehen an die Box. Jo, schieß doch gegen seinen Schatz ab. Alle Autos gehen an die Box. Warum gehen alle an die Box? Na genau, die Strecke ist aufgetrocknet. Alter, ich hab jetzt wieder so unteragrisse Frame-Einbrüche. Sechs Frame, ein Frame, zwei Frames. Das ist doch scheiße, Jungs. Das ist doch scheiße. Ich kratze mich gerade schon am Kopf. Irgendwie geht auch hier das... Ach, der ist jetzt da. Kommt mal wieder ins Auto. Ist hier besser. Ein bisschen. Ah, der ist scheiße. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, ich hab heute... Das ist das zweite Rennen, das ich aufnehme. Und das erste... Jetzt geht's doch mal wieder. Und das erste war... Es lief einwandfrei, ohne Probleme. Und hier das... total verruckelt und alles. Jetzt haben wir einmal wieder 70 Frames, ey. Keine Ahnung, was da los ist. Auf jeden Fall hab ich mir gedacht... Ah, fuck bin ich, bitte. Auf jeden Fall hab ich mir gedacht, dass obwohl... die anderen Autos jetzt gleich Slicks drauf haben und die Strecke trocken wird. Ich glaube, ich verliere ich weniger Zeit, wenn ich jetzt mit Regenreifen draußen bleibe. von daher bin ich draußen geblieben. Und ich glaub, die ganzen Szenen, wo es dann gleich... also wo es wieder ruckelt, die schneid's dann einfach raus, so wie die überspringe ich, keine Ahnung. muss mir irgendwas einfallen lassen. und dann... was dann... was dann... wenn ich die dritte, Ein bisschen die Perspektiven durchswitchen. Ein bisschen hier die Wheel-Kamera. 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 Vielen Dank.